Heyo Leute, Crymax hier, was geht ab mit Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Roblox, Leute, und heute muss ich hier nachsitzen in der Schule, aber ich bin nicht alleine, sondern Semmel ist mit dabei. Hey Max, was geht's denn? Wann sind wir in der Klasse eigentlich? Alter, das ist doch hier die YouTuber-Schule. Ja, aber wir haben doch einen richtigen blöden Lehrer, oder? Ja, der hat uns hier nachsitzen lassen. Guck mal an, wie viele Hausaufgaben wir hier noch machen müssen. Alter, was? Oh mein Gott, jeder hat hier so einen riesen Stapler an Hausaufgaben, den er machen muss, Leute, das ist überhaupt nicht gut. Und wir müssen hier auf jeden Fall heute ausbrechen, also lasst dafür ein Like und ein Abo da. Guck mal, was das hier für Aufgaben sind. Eins plus eins ist drei. Ja, ist doch drei, oder? Ja, ist doch richtig, warum müssen wir hier noch sitzen? Das ist doch richtig so, hä? Das verstehe ich jetzt hier nicht. Hä? Hier steht Biggest Noob, Digga, er beleidigt uns. Alter, ist da ein Bild von mir, siehst du das auch? Hä, er hat dich einfach hingemalt. Alter, oh mein Gott, so ein Ehrenloser. Ja, ganz ehrlich, Leute, wir werden jetzt hier ausbrechen. Wir werden jetzt hier einfach den Feueralarm betätigen und dann brechen wir hier aus, Leute. Drei, zwei, eins und... Oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben den Feueralarm ausgelöst. Hat's geklappt? Ja, ja, komm, 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 komm. Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Alter, was geht denn hier ab, Leute? Warte mal, warte mal. Da hinten ist der Lehrer. Das Mr. Stinky, kennst du den? Ja, den hatte ich damals auch schon und ich bin abgehauen. Ey, pass auf! Oh, ja, 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 alles gut, alles gut. Wo rennst du denn hin, Savile? Ey, der kommt mir hinterher, Bro. Hä, bei dir? Bei mir nicht. Okay, also bei mir ist Mr. Stinky hier noch im Gang. Oh mein Gott, der kommt angerannt. Bei mir auch, bei mir auch. Oh, Bro, 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 wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Alter, der verfolgt uns. Renn, 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 renn. Ey, Bro, das war's. Hey, wie stell ist der? Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Nein. Oh mein Gott, hier, stell auf die Leiter. Stell auf die Leiter. Oh, 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 oh. Komm, komm, komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist er hingefallen, der dumme Kopf. Nice one, Bro. Ähm. Ey, aber warte mal. Da vorne konnte man noch Sachen kaufen. Ey, Savile, ganz ehrlich, ich glaube, ich werde es riskieren. Ich blitz hier kurz drüber. Wie, du kaufst Sachen? Der, 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 der ist eh schlafen gegangen. Ohne Sachen. Der ist eh schlafen gegangen. Nein, Bro, ich werde mir jetzt hier krasse Sachen kaufen, damit ich hier krasser als du unterwegs bin. Okay, okay, echt, ich muss mal kurz aufs Klo, Max. Ich komm gleich wieder, ich muss mal kurz aufs Klo, okay? Okay, okay, Leute, was kann man hier kaufen? Sprungpille, das kaufen wir uns hier. Leute, warum geht der denn jetzt aufs Klo hier? Was macht der denn? Was können wir hier nochmal? Den Artikel besitzt du bereits? Nee, hab ich noch nicht. Was ist das hier? Geschwindigkeit kaufen. Oha, Leute, wir kaufen uns hier alles richtig krass. Wieder da. Ich war gerade auf dem Klo. Ja, okay. Oh mein Gott, was ist das denn? Was hast du denn gekauft? Alter, das kostet richtig viel. Wie viel kostet das? Ey, ich hab mir hier gerade für über 1000 Robux Sachen gekauft. Ich drehe... Hä, sowas? Ich bin ein Helikopter! Oh! Wie viel du fliegst hier einfach rum? Das ist verboten, hör auf damit! Bro, ich bin einfach ein Helikopter, let's go! Und ich glaube, damit können wir... Oh, Schwerkraftspule, wuhu! Okay, ich glaube, damit können wir hier easy aus der Schule ausbrechen, sage ich dir, wie es ist. Ja, aber ich kauf nichts, ich kauf nichts, weil ich hab auch nicht so viel Geld. Und das den kauf ich auch nicht, ne? Ich bin einfach in meinem Helikopter unterwegs. Komm mal! Ey! Fick mal auf diesen Mr. Pinkel drauf, wo du wieder heißt, Mr. Pinkel! Schau mal! Den haben wir hier richtig umgejagt, den Mr. Prickles oder wie, keine Ahnung. Der hat doch gar keine Chance mitgegeben, so sind wir gleich draußen, oder? Wir sind richtig OP. Keine Ahnung, wir müssen jetzt hier aus der Schule weiter ausbrechen. Komm, hier weiter, zack! Okay, geh mal du vor, weil ich hab ein bisschen Angst hier. Ja, immer den Lüftungsschacht aufmachen. Hö, was hast du denn für eine Waffe, Savile? Was für eine Waffe? Was denn für eine Waffe? Ich hab doch gar nichts. Ey, Bro, du hast mich... Ey, du hast mich mini gemacht! Was pappelst du? Ich hatte gar nichts... Ey, Bro, du prankst mich doch hier gerade. Du hast eine Schrumpfpistole. Ich hab doch gar keine Robux. Wie soll das gehen? Leute, wo hat denn die Schrumpfpistole her? Du hast mich... Au! Ey, wegen dir schaff ich den Sprung hier nicht. Ey, du hast mich total klein geschrumpft. Ey, aber weißt du was? Ich hab echt nichts gemacht. Egal, ich bin zwar klein, aber ich hab einen Helikopter. Du hackst aber auch rum. Bro, ich bin so ein Hacker. Was kann man jetzt hier doch kaufen? Alter, ist das ein Jetpack? Man kann hier ein Jetpack kaufen. Oha! Kaufst du das? Ne, ich brauch keinen Jetpack. Ich hab ja eh schon einen Helikopter. Ah! Nein! Ey, ich bin hier unten. Der Helikopter, der fliegt nicht mehr. Flieg hoch! Flieg doch hoch! Das geht nicht! Das geht nicht! Der kann hier nicht fliegen! Ja, da musst du dich töten! Da musst du dich töten! Ah, Mann, ey! Leute! Also, ich bin ganz einfach schon drüber und ohne Sachen kaufen, Max, eigentlich, ne? Ja, cool, cool, Saville. Aber du wurdest auch nicht hier klein geschrumpft. Ja, ich war's ja nicht. Es war, glaube ich, Mr. Pückel. Der hat so geime Fähigkeiten, oder so? Nein, hat der gar nicht. Du redest hier... Doch, geh du mal vor. Dann zeig... Ja, guck, was hast du hier schon wieder mit? Was schießt du hier schon wieder? Zeig doch mal deine Pistole, du hast. Bro, guck doch meine Hände mal an. Hier. Ja. Ja, mehr hab ich nicht. Was soll ich denn machen? Die Pistole raus, die du grad hattest. Wie denn? Ich weiß... Also, Max, ich weiß nicht, was du hast, Bro. Ich weiß nicht, was du hast. Ey, Leute, ey. Ich geh jetzt hier durch. Er ist einfach einer der Prank-Pros geworden. Hä? Was beleidest du mich? Ey, Bro, ich bin da reingefallen. Du hast mich langsam gemacht. Seitdem bin ich irgendwie langsamer, wo du mich hier angeschossen hast. Wenn du gerewifelt wirst, dann hast du alle Fähigkeiten wieder normal. Natürlich. Jetzt prankst du mich hier, oder was? So, hast du da den Knopf schon gedrückt, oder was? Ja. Von wo hast du die rote Spule? Tja, die hab ich mir da besorgt, wo du dir deine Pistole besorgt hast. Digon, ich dachte, wir spielen hier ohne Geld. Ich dachte, wir spielen ohne Geld. Oh, ganz korrekt. Natürlich spielen wir hier mit... Hä? Ey, Saville, ehrlich, ehrlich. Nee. Leute, ich glaub, Saville will, dass ich hier in der Schule bleib. Ich glaub, er will, dass ich hier in der Schule bleib. Du wirst du doch mich die ganze Zeit hier schlecht zu reden. Du hast mich sabotiert gerade schon wieder. Ich muss hier noch den Knopf drücken. Digga, Digga. So, ich glaub, ich werd hier Saville zurücklassen. Ja, perfekt. Ich fall schon wieder rein. Sei ehrlich, du hast hier grad schon wieder ne Sabotageversuch gemacht. Was? Hä? Was soll ich denn machen? Du hast mich doch bestimmt schon wieder mit deiner Pistole da abgeschossen. Nein, weil du bist so blöd, um rüber zu kommen. Komm jetzt, Saville, komm. Ich will hier nicht auf dich warten, komm. Ey, Digga, ich komm, wir kommen hier nie mehr raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Laser strahlen. Laser strahlen. Oh. Das ist geil. Oh mein Gott. Das ist cool. Schaffst du das? Ja, 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 ich schaff das. Ich schaff das. Das ist ein Reverse Dropper. Das ist ein Reverse Dropper. Das stimmt. Du hast recht, ja. Oh. Das ist gar nicht so einfach. Ey, warum fall ich runter? Das verstehe ich nicht. Das war jetzt wieder ich, ne? Das war jetzt wieder ich. Ey, Saville hat schon wieder hier sabotiert. Saville, hör bitte auf, mich zu sabotieren. Hast du das geschafft gerade? Natürlich. Ja, aber ich war auch ganz oben. Dann ist auf einmal die Luft weggegangen. Der Antrieb war weg. Ja. Ich glaube, man muss hier näher direkt schon an diesem gelben Ding sein, sonst... Du musst ein bisschen näher dran. Jetzt. Jetzt, genau. Ja, okay, okay. Ja, guck und ich habe nichts gemacht oder so wieder. So, Saville, ich werde dich jetzt... Oh mein Gott. Ey, schau hier in jedem Level rein. Oh. So. Oh, pass auf, pass auf. Ja, ja, ja. Wie bist du denn? Hey. Hinter dir. Wer ist das? Oh, guck mal, hier ist ein Geheimgang. Ich denke, es gibt Geheim... Alter, komm, lass mal in den Geheimgang reingehen. Lass mal reingehen. Okay, was ist hier? Guck, du hast doch eine Pistole in der Hand schon wieder. Junge, Max bist du... Bitte lauf. Ich sage euch, Leute, Saville prankt mich hier die ganze Zeit. Was babbelst du? Das sind hier Pranks, die eindeutig zu weit gehen. Du bist doch ganze Zeit... Hey, was ist das hier? Alter! Das ist Mr. Prickles! Ist er da hier? Ja, Bro, wir müssen ihn hier beschießen. Oh mein Gott, du! Ey, der... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist Herr Stinky-Nator. Das ist der Herr Stinky... Er hat mich erwischt. Nein. Alter! Hat er dich? Max? Der kann seinen Hut werfen nach einem. Alter, wie stark ist der? Der ist richtig OP, Leute. Ey, da müssen wir nochmal probieren hier. Warte mal, wir gehen da nochmal rein. Ey, Leute, der ist... Ja, geh du mal den Weg, geh du mal den Weg. Ich gehe den anderen Weg. Bist du auch gestorben? Ich bin gestorben, ja, aber ich weiß, ob ich den weggehe. Also, ich will ihn fertig machen. Ich werde es schaffen. Ich sage euch, ich werde es schaffen. Okay, mal gucken. Ja, komm, ich helfe dir, weil du... Ich glaube, allein ist es ein bisschen schwierig bei dir. Ich brauche deine Hilfe nicht. Junge, natürlich brauchst du meine Hilfe. Ich helfe dir jetzt, komm. Ich komme jetzt auch. Das Problem ist, wenn er jetzt seinen Hut wirft... Ja, dann ist GG. Er macht Feuer, er macht Feuer, Ding. Also, der macht einen ja One-Shot. Ja, ja. Man muss wirklich ordentlich auf Abstand bleiben. Oh, der Stinke, Junge, wie schnell ist der? Oh, bababababa. Ich habe ihn schon über Hälfte down, über Hälfte down. Bro, es ist eine Bisse. Er kann Feuer speien. Wie tust du der Mütze ausweichen? Hat er dich schon wieder fertig gemacht? Ja. Bro, das Ding ist, du musst übelsten Abstand halten. Weil bei mir hat er die Mütze jetzt noch nicht geworfen, weil ich habe richtig drauf geachtet, weit genug weg zu sein. Du musst die ganze Zeit laufen und du kannst so nach hinten schießen. Also, lauf einfach nach vorne und dreh dich nach hinten um und schieß. Ich habe ihn fertig gemacht. Okay. Aber kann ich damit eigentlich auch dich abschießen? Probier mal. Na, schade. Das wäre jetzt cool. Ja, hör auf, willst du pranken. Du willst mich eigentlich wieder pranken hier. Bro, ich bin der Prankmaster. Das willst du mich pranken, ey. Hast du ihn down? Ja, Bro, ich habe ihn down. Seven muss noch sein, Mr. Stinkinator. Einmal hier fertig machen. Aber das bringt einem ja gar nichts, da entlang zu gehen. Ich dachte, man kriegt da jetzt eine Abkürzung oder so, aber es bringt gar nichts. Nein, das ist ein Bossfight. Das ist nur ein Bossfight hier. Wir haben uns einfach nur geprankt, der Typ hier. Aber ich habe es gleich auch. Oh, Leute, hier kann man ein Auto kaufen. Aber ich glaube, ein Auto, das bringt einem nicht viel. Ich glaube, ein Auto, das bringt einem nicht viel. So, jetzt werden wir hier mal schön die Schwerkraftspule aktiv. Okay, ich komme jetzt zu dir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sieh, du hast eine Schwerkraftspule. Ich habe auch eine Schwerkraftspule, wie du. Was labust du? Das Problem ist, da vorne wartet einfach Savills Mutter auf uns. Da vorne wartet einfach Savills. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Sag mal, dein Ernst, was du hier gerade sagst? Komm jetzt, Savills. Dein Ernst? Komm jetzt. Ja, mach, let's go. Ey, wie kannst du die Waffe nehmen? Ich konnte die Waffe nicht nehmen. Ich habe sie. Ja, weil du eine Spule in der Hand hast, das wahrscheinlich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich lenke die ab, ich lenke die ab. Ja, pass auf. Ist das eigentlich... Okay, es war gelogen, Leute. Es ist nicht Savills Mutter, es ist Savills Freundin. Hey, jetzt reicht's! Ich lenke deine Freundin ab. Ich lenke deine Freundin ab. Ich muss mir kurz eine Waffe schnappen. Ich habe jetzt die Kanone. Ja, komm, mach die weg. Baller die weg hier. Das ist einfach Max, deine Schwester, Leute. Oha. Und meine Schwester mochte dich immer. Das werde ich ihr sagen. Ich mag die auch. Aber wenn du mich hier beleidigst... Bro, ich kann nichts machen. Ich kann die Waffe nicht nehmen. Leute, ich hau jetzt rein. Eigentlich sieht die echt ein bisschen so aus wie meine Schwester. Ja, sag ich doch. Oh, meine arme Schwester, wie die das sieht. Oh mein Gott. Ja, Bro, ich kann keine Waffe nehmen. Ich kann nichts machen. Da musst du nicht respawnen. Das ist ein Prank hier. Ach, respawnen und... Warte, ich lasse mich einmal killen. Weil irgendwie geht's hier gerade nicht. Und dann darfst du die Sachen aber auch nicht auswählen in deinem Inventar. Ja, ich glaube, das war der Fehler. Weil du hast ja so viele. Du bist ja am Hacken. Ja, wie nimmst du das Ding denn? Ah, jetzt. Ja, guck. Ba, 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 ba. Das ist Lorissa, die Bibliothekarin. Der hat dich klein gemacht. Ey, ey, Seville, du hast mich hier gerade... Ey. Ich sage euch, Seville hat eine Schrumpfperson schon die ganze Zeit. Bro, du Ekeliger. Nein, ich bin auch klein. Bro, deine Schwester hat mich doch selber klein gemacht. Ey, du Ekeliger. Guck mal, meine Waffe ist viel größer als ich. Digga. Komm, jetzt müssen wir hier das Tor aufmachen. Bist schon durchs Tor durch? Bro, ich sage dir ehrlich. Ja, natürlich. Ey, wir waren mal Freunde hier in dieser Schule, aber das war's jetzt. Guck mal, wie klein ich nur noch bin. Ja, weil die nicht kriege ich keine Sache. Wegen dir schaffe ich das nicht. So, Requisiten zurück. Bro, ich finde hier ausrechnen. Was kann man hier machen? Hier, zack, nehm. Das war rüber. Aber ich finde es ein bisschen assi von dir. Jetzt mal real talk. Was findest du? Dass du mich die ganze Zeit beschuldigst, dass ich hier rumpranken würde. Du bist ein Pranker. Du bist ein Pranker. Ja. Wie er sich jetzt wundert. Wie er sich wundert, warum ich auf einmal klein bin. Ja. Leute, schreibt es in die Kommentare. Seville steckt dahinter, oder? Ihr wisst es doch. Nein. Junge, ich hab nicht mal Robux. Ich bin doch kein I-Cry-Mix. Ich verdiene nicht so viel Geld wie du. Bruder, du bist der Reichste hier von uns allen. Wir alle wissen das. Ja. Dafür werde ich jetzt mit dem Zug ohne dich abhauen. Also mit dem Aufzug. Aha. Seht ihr? Das Ding ist einfach, was viele nicht wissen. Das Gebäude, in dem wir hier gerade sind, ist einfach Savills Haus. Weil er so reich ist, hat er so ein großes Haus. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Du willst mich die ganze Zeit hier down machen, alles klar. Der Erste, der draußen ist, kriegt 1.000 Euro. Komm. Nimmst du an? Ja, okay. Dann mach ich jetzt hier schnell. Okay. Okay. Der Erste, der hier draußen ist, kriegt 1.000 Euro. Der ist einfach noch immer klein. Ja, und selbst als kleiner Mensch schaff ich das hier. Ich weiß, was er sagen wollte. Aber gut. Ist das okay? Als was? Als was? Ey. Nein, ich bin reingefallen. Okay. Leute, das ist jetzt meine Chance. Wir waren mal Freunde, jetzt sind wir Feinde. Ja, das Ding ist, Seville denkt, er hat eine Chance. Ja, ich bin gleich durch. Ich bin gleich draußen, ne? Ich bin gleich draußen. Das ist sehr schön für dich. Ich bin gleich draußen. Leute, wir haben's gleich geschafft. 1.000 Euro in meine Tasche. ICrymax YouTube Monatsgehalt geht an mich, Leute. Ja, 1.000. Das ist alles, was ich hab, den Monat. Ja. Mir egal. Wir haben gewettet. Egal. Jetzt muss ich auf die... Guck mal, Bro. Er fliegt mit Helikopter. Helikopter, Helikopter. Nein, das hat nix gewonnen. Nein. Egal, ich werd wieder... Mit so einem unbeliebten... Nee, Digga, nee. Okay, ich mach jetzt viel. Ich mach jetzt viel. Ich mach jetzt viel. Nee. Mit so einem unbeliebten Junge in der Schule will ich nichts zu tun haben. Bro. Nee. Ich führ bei den Coolen. Ich wär der beliebteste, weil ich mit einem Helikopter zur Schule komm. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Nur weil deine Eltern Geld haben. Ich bin aus der Gosse gekommen. Ich bin aus der Gosse gekommen. Seville ist einfach reich, Leute. Das checkt ihr gar nicht. Seville ist ein Rich Kid. Ja, genau. Genau. Wer hat hier Rolls Royce und keine Ahnung was? Ich geh jetzt weiter. Ich red nicht mehr mit dir. So, zack, Leute. Nein. Ja, Bro. Das Ding ist, ich musste mir meinen Rolls Royce selbst verdienen. Du bist ja in einem geboren worden. Naja, stimmt. Stimmt, ich wurde ja geboren, Leute, in einem Rolls Royce. Ey, Digga, unsere Freundschaft ist beendet. Unsere Freundschaft ist hiermit beendet. Das war's, Leute. Ich geh jetzt ohne Max raus. Das war's. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, komm, alles gut. Ich werd dich noch holen. Komm, spawn, spawn, spawn. Jetzt ist das hier so ein Wettrennen geworden, Leute. Wer erst... Oh mein Gott. Wir waren beim Nachsitzen noch Freunde gewesen. Ja, jetzt nicht mehr. Du tust mich ja hier die ganze Zeit schlechtreden. Ach. Nee, Digga. Nee. Ich bin jetzt, ich bin gleich schon durch. Ja, ich bin jetzt gleich durch. So, komm, wir gehen jetzt hier mal schnell hoch. Max, kommst du? Ja. Hier gibt's einen Panzer. Nein. Komm, kauf. Ich kauf mir jetzt den Panzer für 1000 Robux. Ey, Bro, du hast mich noch kleiner. Ey. Das ist Mr. Prinkle. Bro. Das ist Mr. Prinkle. Ich schieß nicht mit meinem Ding ab. Treff mich doch. Ey, der Helikopter ist total schlecht. Leute, wenn ihr das hier spielt, kauft euch bitte nicht den Helikopter. Es kostet 700 Robux. Und das Ding kann einfach nur springen. Man denkt, man fliegt, aber man kann nur springen damit. Ja, und du, Dumbats, hast es jetzt gekauft. Ja, ich war leider doof und hab's gekauft, Leute. Also, Max, ich bin gleich beim Ausgang. Bist du nicht. Doch. Der ist ein Quatscher, Leute. Der ist ein Quatscher. 1000 Euro auf die Hand. 1000 Euro auf die Hand. Ja, gerne. Ja. Ja, mal gucken. Ja, ich muss ja auf dich warten, Leute. Nee, ich muss auf Max jetzt warten. Naja, lauf doch. Ich will nicht, dass das heißt, du hast auf mich gewartet. Du bist doch immer klein? Nee. Wow, du hast den Patzer gekauft. Ja, und jetzt versperre ich dir hier einfach den Ausweg. Bro, wie unfair bist du denn? So, was machst du jetzt? Ey, runter vom... Ey, lass mich durch. Lass mich durch, you gay. Ich bin raus. Kann ich eigentlich backschießen? Du bist so ein Assi. Ja, probier mal. Nee, ich glaube, ich kann dir leider nichts machen. Kann ich leider... Ich kann sehr viel zerschießen, ne? Und das meine ich. Deswegen sind wir keine Freunde mehr. Und deswegen meine ich. Ey. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt... Nee, jetzt reicht's, Digga. Hä, bist du klein geworden? Hä, du hast mich klein geschrumpft. Ey. Keine Ahnung, ich habe nichts gemacht. Junge, jetzt reicht's. Du weißt schon, dass wir jetzt hier den Bossfight wahrscheinlich haben, ne? Ach du Megaroboter. Ah! Okay, komm, 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 schnell, komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell. Oh mein Gott, die hat mich auseinandergenommen. Die hat mich auseinandergenommen. Oh mein Gott. Bro, es ist einfach deine Oma. Mega Oma 9000. Bro, es ist einfach Mega Oma 9000. Es ist deine Oma, Max. Oma, warum machst du das mit mir? Leute, 1000 Euro. Wir müssen gegen Max hier gewinnen. 1000 Euro. Komm schon. Oh mein Gott. Bro, das Ding ist... Wie viel hast du schon? Das ist einfach Stannis Mutter. Hä, du hast recht. Es sieht aus wie Stannis Mama. Ja, man sieht das doch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oh mein Gott. Oh. Ich bin fertig. Das Tor geht auf. Max. Wir sehen uns auf der anderen Seite, du Loob. Ey. Tschüss, Max. Tschüss. Nein, 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 nein. Ich muss ihn abballern. Nein. Oh. Tschüss, Max. Nein. Nein. Er ist aufgehauen. Warte mal. Warte. Ich habe doch noch einen Panzer. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Bist du schnell oder nicht? Ist vorbei. Ist vorbei. Tschüss, Max. Ich kann mich aus deinem Auto nicht rausschießen. Nein. Tschüss, du Dumbaz. Ich habe gewonnen. 1000 Euro. Jetzt sofort 1000 Euro. Ey, jetzt fährt das Auto auch noch ohne mich los. Ey, Mann, Leute. Jetzt muss ich laufen. Na gut, das Ding hier hat Savile gewonnen, der Obby, Leute. Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Wenn ihr mehr Obbys in Roblox mit Savile sehen wollt, checkt auch gerne Savile aus. Dann würde ich sagen, bis dann. Bote rein, Leute. Euer Crymax. Tschau. 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 Tschau.